Klicken Sie auf Link in der Beschreibung unten für die besten Dishow und Dies ist die Überprüfung der Roger & Gallet Fleur Dos Mantis Körperöl 100ml Produkt Kundenrezensionen Hilfreichste Kundenrezensionen Allkundenrezensionen anzeigen Produktbeschreibung Der beliebteste Duft und die beliebteste Textur von Roger & Gallet ergeben die neue Lieblingspflege Huile Embellissante Das trockene Öl kann im Gesicht, dem Körper und für die Haare angewendet werden Die feuchtigkeitsspendende Pflege zieht schnell ein und fettet nicht Das Öl kann zum Beispiel als Pflege in die Haarspitzen gegeben werden oder vor dem Haare waschen als Kur verwendet werden Als Körperöl pflegt es die Haut zart und geschmeidig und hinterlässt einen zarten Duft nach Blüten Huile Embellissante vereint ein glücksspendendes Aroma, das die Sinne verführt mit den pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften eines Körpern Ideal für den Sommer und für ausgelassene gute Laune Inspiriert vom chinesischen Gärten offenbart der erfrischende Duft der Osmanthus Blüte Facetten köstlicher Blumennoten, spitziger Zitrusfrüchte und lieblicher Hölzer Zum frischen, glücksspendenden Duft von Fleur d'Osmantus gesellen sich ätherische Öle aus Mandarine, Grapefruit und Benzin Sie können den Rest der Produktfotos über den Link in der Beschreibung zu sehen Danke, dass Sie sich dieses Video Vielen Dank 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 Vielen Dank